Gut, den Wagen nehmen wir. Und starten bei der Meisterschaft weiter. So, das sind abgeschlossene Events. 0 von 4. Nehmen wir das hier. Open Meisterschaft. Ach, da können wir uns noch kein Auto verkaufen. Da auch noch nicht. Und hier können wir uns das Auto auswählen. Ah ja, das ist gut. Oh, sieht nach Schnee aus. Ne, oder? Ach, Asphalt. Okay, bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt fahren lässt mit dem viel schnelleren Auto. Oh, der Sound ist cool. Ja, so können wir glaube ich ganz gut mithalten, wenn ich jetzt nicht so viele Fehler mache. So, ich versuche jetzt auch vorsichtig zu fahren, damit ich nicht gleich wieder irgendwo rausfliege. Ich möchte jetzt möglichst auch nicht den Hang runter. cool, das macht Spaß mit dem Auto. Der lässt sich richtig gut fahren. Kein Leckrutschen und gar nix. Ich glaube, so sammeln wir richtig Punkte und können demnächst richtig gute Autos holen. Kein kleiner Fahrfehler. Hauptsache wir machen nix an der, hätte ich jetzt fast Hardware gesagt, an dem Getriebe und allen möglichen Sachen. Und so nix kaputt. So, 8 Sekunden Rückstand, das geht. Ich versuche mal ein bisschen mehr Gas zu geben, um vielleicht auch noch einen Vorsprung rauszufahren. Nein, voll ins Auto gebrettern. Natürlich auch praktisch, dass hier geparkt wird. So, hier um. So, wir haben leuchten Schnee liegen. Oh, jetzt habe ich fast drei Sekunden verloren. Oh nein, wieder ein Fahrfehler. Es geht leider schnell. So, jetzt habe ich ein feinendes Auto. Das ist schon mal nicht schön. Habe ich was vom Kühler getroffen. Es geht leider sehr, sehr schnell, wenn man hier vorne an die Wand fährt, dass man dann sein Auto so kaputt macht vorne. Aber ich muss sagen, dieser Rallye-Spiel macht mir echt Spaß. Das erinnert mich an die frühere Zeit. World Rallye Championship und sowas. Aber das hier ist natürlich noch viel besser und realistischer gemacht, finde ich. So, klein Stückchen, dann sind wir schon im Ziel. So, mit dieser Zwischenzeit sind wir vierter geworden. Das ist schon mal nicht schlecht. Und es wird gleich demnächst weitergehen. Ich drücke jetzt schon mal weiter. Gesamtwertung sind wir natürlich auf vierter. Und gleich nach einer kurzen Ladezeit können wir dann weitermachen. So, ich muss mal ganz kurz mein Mikro richtig machen. Sonst funktioniert das nicht. So, wo sind wir jetzt? Route Tourini-Descent. So, jetzt können wir weitermachen. Auf einem Prozent Schnee und 99 Prozent Asphalt. Oh Gott, der qualmt aber schon tüchtig. Ah, diesmal ist es ein bisschen glatter, da wir auf mehr Schnee sind. So kann man es auch nennen. Oh, ich habe schon ein Stückchen Drift entdeckt. Das sah schon viel besser aus. Mit dem Kleinwagen ist das natürlich nicht so gut. Hat das natürlich nicht so gut geklappt. Jetzt wäre ich da fast vergegengeblattert. Und jetzt im Moment ist es aber auch einfach zu fahren. Asphalt ist ja auch einfacher als alles andere. Auf Schotter wird das noch ein bisschen schwieriger werden alles. Aber ich finde mittlerweile gut, wie ich fahre. Ich werde langsam fehlerfrei. Ich werde langsam fehler. Ich werde langsam fehler. Boah, das war nicht so gut gefahren. Boah, das war nicht so gut gefahren. Wie langsam klappt das. So, vielleicht fahre ich jetzt ein bisschen vor Spreng raus. Und dann... Und dann... So. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich weiß eh gerade, wie rund macht der Meister. Boah, noch keine Sekunde Rückstand. Boah, ist ein bisschen die Kontrolle verloren über das Auto. Schade. Hat sie wieder gefangen. So, leider aufs Dach gefallen. Das war natürlich nicht schön. Aber das Auto ist ein bisschen verformt. Ich hoffe, das wird jetzt keine Auswirkung auf das weitere Fahren haben, wenn das nicht so ist. Oh, jetzt geht's mal richtig auf Schnee. Schade. 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 Untertitelung des ZDF, 2020